Da wären wir wieder, meine Lieben, zurück im Menü der Nintendo Switch. Und wir sind natürlich hier, weil wir was zocken wollen. Was könnte es nur sein? Ihr werdet den Videotitel natürlich gelesen haben. Es ist natürlich Mighty Gunvolt Burst, das Spiel, für das ich kürzlich eine Umfrage gestartet habe. Weil es gibt sehr viele Charaktere in dem Spiel, die man spielen kann. Es ist so ein bisschen Megaman-mäßig, ist sehr stark inspiriert von Mighty No. 9. Der Spielfortschritt wird an bestimmten Punkten automatisch gespeichert. Ja, wir werden das Spiel währenddessen nicht ausmachen. Wir wollen ja nicht, dass der Spielstand verlong geht. Indie Creates präsentiert Mighty Gunvolt Burst, auch mittlerweile bekannt als Gal Gunvolt Burst auf der PS4. Keine Ahnung, warum sie jetzt da den Titel geändert haben. Vielleicht wollten sie sich ein bisschen von Mighty No. 9 distanzieren, aber darauf kommen wir dann auch mal zu sprechen. Gut, wir wollen das Spiel starten. Ich habe da einen Platz frei gemacht für den neuen Charakter, den ich nehmen werde. Nämlich, ich habe ja gefragt, und ich werde das Spiel auch schwierig spielen, so viel schwieriger ist das jetzt auch wieder nicht, es geht. Die Gegner haben ein paar mehr Patterns drauf, aber ansonsten ist es eigentlich nicht so viel schwer. So, wir haben die Auswahl zwischen folgenden Charakteren. Beck aus Mighty No. 9, Gunvolt aus Asus Striker Gunvolt, Ekoro aus Gal Gun, Double Peace, Carl aus Mighty No. 9, Jule aus Asus Striker Gunvolt, Ray aus Mighty No. 9, Copen aus Asus Striker Gunvolt 2. Ich glaube, er kam in Teil 1 auch schon vor, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich meine, er kam in Teil 1 auch schon vor, ich habe es leider nicht durchgespielt. Und Corona aus Gal Gun 2. Und ihr habt abgestimmt, welchen Charakter ich nehmen soll. Ich nehme nicht Corona, nicht Copen, nicht Ray, nicht Jule. Doch, wir nehmen Jule. Die meisten Leute haben für Jule gestimmt mit einer Stimme Vorsprung gegenüber Gunvolt und Corona. Also die sind beide auf Platz 2, die haben beide gleich viele Stimmen bekommen, aber Jule hat eine Stimme mehr. Interessanterweise, jeder hat so gesehen eine Stimme bekommen, der Einzige, der nicht einmal erwähnt wurde, ist Beck. Woran kann das bloß liegen? Vielleicht liegt es daran, dass ein Spiel ein pures Desaster war. Ja, egal. Wir wollen mit Jule eine Runde Gunvolt Burst spielen. Mighty Gunvolt Burst, um genau zu sein. Und wir lesen mal kurz ihre Beschreibung. Ein junges Mädchen mit der Macht der Muse kann mit ihrem Lead KP-Begrenzungen aufheben. Das Ganze wird jetzt von der Story her nicht sehr viel Sinn machen, weil das Spiel geht jetzt davon aus, dass ich, da ich Jule habe, das Spiel schon mal mit Gunvolt durchgespielt habe, weil das baut quasi so ein bisschen aufeinander auf, kann man sagen. Aber es ist nicht wirklich wichtig, die Stages, die man spielt, sind genau die gleichen. Manche Gegner sind ein bisschen anders platziert, aber ansonsten ist es das gleiche Spiel. Was ich auch sagen muss, bevor es losgeht, die Charaktere hier nach Ekoro, also Call und so weiter, sind alles DLC-Charaktere, die kosten alle 2 Euro das Stück. Manche waren für kurze Zeit gratis. Und bei Ekoro ist es so, die war anfangs auch ein DLC-Charakter, aber wenn man die Demo des Spiels durchspielt und dann diese Speicherdaten auf die Vollversion überträgt, kann man Ekoro kostenlos bekommen. Das nur mal so nebenbei gesagt. Aber ja, für Jule gestimmt, er ist neben Jule, nach 3 Minuten Gelaber geht es los. Zwar gewann Gunvolt den letzten Kampf in der VR-Welt, doch stellte sein Gegner ihm eine Falle, äh IMM eine Falle, genau. Ohne H, schreiben wir das mal. Auch gut. Um ihn herum brach die Welt zusammen und er stand kurz davor, in einen Abgrund zu stürzen. Als er spürte, wie sein Körper mitsamt der Welt verblasste, merkte er auch, wie seine Septimalkräfte zu ihm zurückkehrten. Er fragte sich, ob er sein Schicksal in dieser virtuellen elektronischen Welt irgendwie beeinflussen könne. Er sah noch eine Chance, um diese Welt und sich selbst retten zu können. Gunvolt, Überspannung, blauer Blitz! Befreie uns aus dieser elektronischen Hölle! Verpasst dieser Welt einen Neustart! Schon wurde die Welt auf Anfang zurückgesetzt. Nur stand dort, wo eben noch Gunvolt gestanden hatte, ein junges Mädchen mit blauen Flügeln. Gunvolds Seele war zersplittert. Nun lag es an Jul, einen Weg durch diese Welt zu finden und die Fragmente wieder einzusammeln. Sie war fest entschlossen, alles dafür zu tun, die Fragmente zu finden und die ganze Sache zu einem glücklichen Ende zu führen. Wie gesagt, Story ist jetzt nicht wirklich sehr wichtig. Wir können hier noch einen Pixel-Sticker ändern. Das werde ich mal kurz machen. Unter den Optionen geht das, glaube ich. Weil man kann sich quasi einen Avatar im Spiel aussuchen. Und ich... Wo ging das nochmal? Ging das unter diverse Einstellungen? Ja genau, Avatar. Das ist jetzt gerade nicht Jewel. Das ist Ekoro. Wir möchten natürlich einen Jewel-Avatar haben. Deswegen nehmen wir den, wo sie so ein bisschen wütend ist. Man kann auch das Spiel in mehreren Sprachen spielen. Wenn ein Deutsch nicht euch so liegt, dann habt ihr es auch in Espanol, Portugues, Russisch, Niederland, ich glaube zumindest es war Russisch. Japanisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch. Ja, wir spielen auf Deutsch. Natürlich muss ich die Änderungen anwenden. Ich habe ja den Avatar geändert und da muss man die Y-Taste bedrücken. Jetzt wollen wir aber endlich spielen. Wir widmen uns erstmal der Intro-Stage, weil eine andere Stage haben wir erstmal nicht zur Auswahl. Das ist so ein bisschen wie in Megaman 7 und 8. Und Megaman X ist das ja meistens auch so, dass es eine Intro-Stage gibt, die einem so ein bisschen mit dem ganzen Spielgeschehen warm machen soll. So, wollen wir den Level starten? Konfigurieren können wir später noch. Jetzt wollen wir erstmal durchstarten. Da sieht man schon, dass das alles eine virtuelle Welt ist. Das poppt quasi alles hier auf. Laufen, springen und wir können glaube ich... Ja, wir können schon von Anfang an einen Doppelsprung machen. Mit unserem Gesang greifen wir an. Ganz elegant. Wenn du Gegner aus nächster Nähe besiegst, generierst du dies eine größere Explosion. Dies nennt man Burst. Sieht gut aus. Und sagt Wumms. Hauptsache, es sieht gut aus. Jeder Burst erhöht deine Punktzahl. Bringt mehrere Burst in Folge zusammen zustande, um ein Burst-Kombo auszulösen. Für jeden Burst erhöht sich diese um 1. Wenn du keinen Burst zustande bringst, wird der Zähler auf 0 zurückgesetzt. Zeit hat jedoch keinerlei Einfluss. Du kannst also beim Kombo auslösen so viel Zeit lassen, wie wir wollen. Je größer deine Burst-Kombo wird, desto mehr steigt auch deine Punktzahl. Wenn du die höchstmöglichste Punktzahl erreichen willst, dann halte die Kombo so lange wie möglich aufrecht. Ja, das kann man dann später effektiver machen, wenn man seinen Charakter ein bisschen aufgewertet hat. Hier haben wir jetzt unseren ersten Gegner. Den werde ich jetzt aus der Entfernung besiegen. Weil das mit dem Burst-Kombo ist mir jetzt für dieses Let's Play ja relativ egal. Wir wollen ja hier keinen 100%-Rang machen. Und man kann ja Ränge im Spiel bekommen. Von Rang D bis Rang S. D ist das Schlechtste, S ist das Beste. Jetzt komm doch mal her, du! Und man muss einen S-Rang bekommen in jeder Stage, um das Spiel zu 100% durchzuspielen. Es reicht nicht, alle versteckten Items zu finden. Man muss wirklich jede Stage absolut perfekt quasi spielen. Und das mit der Punktzahl erinnert mich auch so ein bisschen an Megaman 1. Das war ja das einzige Megaman-Spiel mit einem Punktesystem. Die Stages sind übrigens alle aus dem Spiel meint hier noch mal allein nicht übernommen. Aber sagen wir inspiriert. Es sind die gleichen Level-Themen, ähnliche Designs. Aber das Level-Design an sich, also wie die Level aufgebaut sind, ist total anders. Und hier habe ich gerade ein Versteck gefunden. Hier sind nämlich ein Herz zum Energieauffüllen und ein KP-Kristall. Dazu kommen wir später noch zu sprechen. Und wir sehen gerade diese leuchtbuntende Anzeige mit 80%. Da werde ich dann gleich nochmal zukommen. Vielleicht wird das hier erklärt. Jules Fähigkeit Hymne kann nun aktiviert werden, wenn ihre FP-Anzeige mindestens zu 15% voll ist. Die FP-Anzeige befindet sich oben links auf dem Bildschirm neben deinem Lebenspunkten. Die steigt an, wenn du Gegnern Schaden zufügst. Wenn du die Fähigkeit aktivierst, ignoriert Jules KP-Begrenzungen und kann unabhängig von KP-Kosten jede Konfiguration anlegen. Die Fähigkeit ist aktiv, solange du über FP verfügst und endet, wenn diese aufgebraucht sind. Oh Mann, Text, Text, Text. Too long didn't read. Doch, wir lesen es. Besiege Gegner mit einem Burst, um mehr FP zu generieren. Im Vergleich zu normalen Angriffen. Es gibt noch mehr Wege, um deine FP-Anzeige aufzufüllen. Versuche sie zu finden. Ja, und das ist jetzt so ein Aspekt, den könnte ich hier mal zeigen. Nämlich, besitze das X-Menü, um auf das neue... Blablabla... Ist mir egal. Ich lese jetzt schon viel zu viel. Ich glaube, ich kann es auch mal so erzählen. So, das hier sind quasi jetzt unsere Abilities, die wir ausrüsten können. Wir können mehrere Abilities ausrüsten. Ich nenne es jetzt einfach mal Abilities. Das ist unser Standard. Unsere Standardfähigkeit. Und das hier können wir einsetzen, wenn wir jetzt zum Beispiel die FP-Anzeige benutzen, die noch nicht zu 100% voll ist. Also werden wir das mal kurz machen. Dann nämlich... Ich glaube, ich muss das nochmal ein bisschen genauer erklären. Also hier ist das so... Ich muss mal das hier rüberkupieren, weil ich brauche diesen zweiten Platz, um hier meine Standardfähigkeiten auszurüsten. Weil das hier, den ersten Slot, kann man nicht beeinflussen. Der ist jetzt quasi so fest. Das sind die Minimum-Fähigkeiten, kann man sagen. Wie sie sind, wenn man sie überhaupt nicht aufrüstet. Ich glaube, mit der X-Stick kann ich das noch kopieren. Das soll mal hier kurz rüberkupiert werden. Dann kann ich das auch ein bisschen besser zeigen. Das ist ein bisschen anders als das Standard-Megaman, was man so kennt. Es ist ja nicht direkt Megaman. Es ist ja nur stark von Megaman inspiriert. Kann ich das jetzt löschen? So, dann sind wir jetzt hier ready to go. Ich kann jetzt hier meine Fähigkeiten ausrüsten. Wir haben hier verschiedene Angriffstechniken, die wir benutzt können. Aber die verbrauchen alle CP oder KP. In dem Sinne sind es CP. Ich dachte eigentlich, es sind KP. Aber egal. Hier sind es CP. Wahrscheinlich ist das für Joule anders. Wir können hier diverse Sachen einstellen. Zum Beispiel die Geschossart. Bei Joule ist das leider so, sie kann viele Sachen nicht einstellen. Viele Sachen sind bei ihr vorgelegt. Wir können aber zumindest noch die Dauer einstellen. Der Geschosse, wie lange die auf dem Bildschirm sind. Wenn man hier ausprobiert, dann sieht man, der Schuss geht bis zu den Boxen da hinten. Wenn wir das auf 0,2 Sekunden stellen, dann kommen wir damit nicht sehr weit. Aber es braucht natürlich weniger CP, womit wir dann andere Fähigkeiten ausrüsten können. Aber ich lasse es erstmal auf 0,5 Sekunden. Das ist, glaube ich, lange genug auf dem Screen. Wind-Schill-Routen gehen. Bei Anwerden interessante Bereiche in Gebieten mit HD-Rumble aufgezeigt. Ja, damit kann man dann, wenn zum Beispiel eine Wand sich einreißen lässt und das rumbelt dann, dann sieht man, aha, hier in diesem Raum ist irgendwo ein Geheimnis. Brauche ich aber nicht. Erstmal nicht. Luftaktion können wir machen. Wir können zum Beispiel anstellen, dass wir einmal nochmal springen können im Sprung. Zweimal, dreimal. Und unendlich. Unendlich verworrt natürlich sehr viel CP. Die haben wir jetzt momentan noch nicht, deswegen werde ich es mal bei einmal lassen. Wir haben auch gerade mal 1062 CP. Interessant bei Julis aber, wenn sie quasi in den Hyper-Mode geht, ich nenne das jetzt einfach Hyper-Mode, da kann sie alle Fähigkeiten einsetzen, egal wie viele CP die verschlingen. Jetzt, wie man hier sieht, ich kann mit den Schultertasten... Moment. Ich habe eine Sache vergessen. Ich weiß, das ist jetzt gerade ein bisschen Sisyphus-Arbeit hier. Aber ich kann hier die Avatare, die Profilbilder der Fähigkeiten ändern. Und das machen wir jetzt auch mal, damit ich dies ein bisschen besser auseinanderhalten kann. Nehmen wir einfach mal ein Bild von Gunvolt. Wo ist er denn? Gunvolt, wo bist du? Ich weiß doch, dass du hier bist. Da bist du doch da oben. So, Gunvolt, du sollst meine Standardfähigkeiten repräsentieren und dieses schwarze Loch stellt meine überdimensionalen Fähigkeiten dar. Das Ganze ist jetzt am Anfang noch ein bisschen kompliziert und überladet, aber wenn man da erstmal reinkommt, dann flutscht das eigentlich richtig gut. So, wenn man jetzt hier guckt, ich kann mit der Schultertaste zwischen der Standardfähigkeit und meiner neu ausgerüsteten Fähigkeit wechseln. Aber ich kann auch nicht das schwarze Loch aktivieren. Wenn ich jetzt aber die A-Taste drücke und meine Fähigkeit aktiviere, dann kann ich hier... ...das schwarze Loch ansetzen und ich kann unendlich oft springen. Und man sollte auch die Augen offen halten in den Leveln, weil es sind öfter mal Sachen versteckt. Ich bin ganz ehrlich, ich habe das Spiel jetzt vor kurzem erst mit Jule durchgespielt auf meinem 3DS. Ich habe das Spiel nämlich auch für 3DS runtergeladen. Und von ihren Fähigkeiten erst Jule ist nicht mein Lieblingscharakter. Ich glaube sogar, sie ist ein bisschen weit davon entfernt, einer meiner Lieblingscharaktere zu werden. Bei Jule ist mit mir das Problem irgendwie, sie ist entweder zu schwach oder total overpowered. Aber irgendwie fehlt da so ein bisschen die Mittelgrenze, finde ich. Aber ihr wolltet Jule sehen. Ich habe ihr erklärt, wie der Charakter funktioniert in dem Umfragevideo. Deswegen werden wir mit Jule spielen und... Ja. Wir sind jetzt schon kurz vorm Boss, glaube ich. Das heißt, glaube ich, ich weiß es ganz genau, ich habe das Spiel in den letzten Tagen nämlich sehr oft gespielt. So, hier können wir uns aussuchen, möchten wir lieber einen CP-Kristall oder eine Pfirsisch haben. Und hier ist übrigens noch ein Geheimnis. So, Bots-Time. Der erste Boss wird sich uns gegenüberstellen. Und ich glaube, ich modifiziere auch mal ein bisschen meine Fähigkeiten. Ich werde nochmal hier sagen, keine Angst. Ich werde das jetzt nicht ständig während des Let's Plays machen. Ich werde dann später auch mal das so machen, dass ich das Off-Screen dann erledige. Wenn es sich gerade anbietet. So ist erstmal alles gut. Später kann man auch Dauerfeuer aktivieren. Das muss man allerdings erstmal finden. Das hat man nicht von Anfang an. Da kann man einfach die Taste gedrückt halten und Jule schießt die ganze Zeit, ohne dass man was drücken muss. Man muss nur gedrückt halten. Aber widmen wir uns jetzt mal dem ersten Boss. Warnung, hier kommt der... Round, Digga! Hey, Digga, was geht? Ich werde dich jetzt fertig machen. Hoffe ich zumindest. Doppelsprünge machen einige Bosse ein bisschen einfacher. Hä? Geh weg! Schieß ich mit Biss als nach mir! Ich bin noch ein kleines unschuldiges Mädchen. Problem bei Jule ist auch, sie kann nur zwei Projektile gleichzeitig auf dem Bildschirm haben. Während die meisten drei Projektile auf dem Bild haben können. Das schränkt sie so ein bisschen ein. Aber wir aktivieren mal unseren Hyper-Mode. Der jetzt noch nicht so viel Hyper ist, weil ich jetzt noch nicht wirklich viele Konfigurationsmöglichkeiten freigeschaltet habe. Aber wir haben ihn fast geschafft. Mein Ausrüstungsgerät ist gesetzt, jetzt ist wieder auf Normal. Kommt, der hat nur noch drei Balken und wir machen ihn noch fertig. Komm, 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 komm! Yes! Erster Boss ist erfolgreich besiegt. Es gibt auch im Spiel ein kleines Achievement-System, mit dem man weitere Pixel-Sticker freischalten kann. Man kann in diesem Spiel mehrere Pixel-Sticker sammeln, Gegner droppen die manchmal. Manchmal findet man die an bestimmten Punkten im Level. Eine nette kleine Sammelaufgabe ist das aber. Ich glaube nicht, dass ich jemals alle Pixel-Sticker sammeln werde. Und dann wieder gibt es ein Ranking. In dem Fall ein S, weil ich so gut bin und keinen einzigen Fehler gemacht habe. Yes! Ich habe überhaupt nicht lange gebraucht. Nehmt das bitte nicht so ernst. Okay, und jetzt haben wir Zugriff auf mehrere Optionen. Wir können jetzt, nachdem wir eine Save geschafft haben, eine Belohnung erhalten. Wir können unsere KP erhöhen, die vorher noch CP hießen, aber ich glaube, es ist dasselbe. Es ist dasselbe. Wir können unsere KP erhöhen oder wir können Schadensreduzierung erhalten. Schadensreduzierung ist, wenn wir das haben, können wir unseren Schaden minimieren, den wir erhalten. Wir können dann entweder nur noch halb so viele Schaden einstecken oder nur noch 20% Schaden einstecken. Aber das werde ich nicht benutzen. Das macht das Spiel dann, glaube ich, ein bisschen sehr einfach. Deswegen, ich werde die KP erhöhen, damit Jewel nicht ganz so, ja, langweilig ist. Und jetzt muss ich mir eine Stage aussuchen, die ich als nächstes spiele. Wir haben verschiedene Stages. Acht, um genau zu sein. Wie das bei einem Mega-Mans-Spiel auch so üblich ist, dass man acht Robot-Masters hat, die man besiegt. Und ich glaube, als erstes nehme ich das Kraftwerk. Ich habe zumindest den Boss immer ganz easy hinbekommen, soweit. Deswegen machen wir das mal. Konfigurieren, ja, konfigurieren habe ich ja vorhin schon erklärt. Wir werden jetzt mal gucken, ob wir noch irgendwas einstellen können. Eine Schillroute brauche ich nicht unbedingt. Luftaktion können wir vielleicht noch... Ne, da habe ich nicht genug CP für. Schade. Ja, sieht so aus, als ob ich erst mal so weiterhin minimalistisch durch die Gegend laufen muss. Die Sache ist jetzt die, ich weiß, glaube ich, noch, wo jetzt das Item ist, mit dem man seinen Schaden erhöhen kann. Auf dem Highway. Das wäre eigentlich ein guter Ort zum Starten, aber der Boss ist ziemlich schwer. Und es gibt ja auch ein Schwächersystem, wie bei Mega-Man, dass die Bosse schwach gegen ein bestimmtes Element sind. Und deswegen würde ich mal sagen, wir schauen mal an den Minen vorbei. Der Boss war da auch nicht so schwierig. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Was anderes bleibt mir ja nicht übrig, weil das ja ein Let's Play ist. Und deswegen muss ich halt versuchen zu gewinnen, ne? Und das sind kleine Bomben. Ja, wenn man auf die schießt, dann verwandelt die sich in eine Bombe und einer ist gerade verschwunden. Okay, der hüpft da oben rum. Soll mir egal sein, ich werde den einfach ignorieren. Und diese Blocke kann man zerstören, wenn man eine bestimmte andere Fähigkeit hat. Da ich noch keinen Boss besiegt habe, habe ich natürlich keine weitere Fähigkeit. Und man kann unterwegs auch Früchte einsammeln, wieder ein Pfirsich. Und wenn ihr euch fragt, was kann man mit dem Zeug machen, mit dem Essen? Das ist quasi der Ersatz für die E-Tanks aus Mega-Man. Man kann damit seine Lebensenergie wieder auffüllen und auch seine Hooper-Leiste. Ich abfinde jetzt die Namen einfach selber für die Sachen. Die Leiste mit dem Schmetterling, ihr wisst, was ich meine. Die kann ich damit auch auffüllen. Ich wollte eigentlich die Orange. Orangen sind awesome. Also die füllen deine Lebensenergie auf. Und das ist genau das, was wir wollen. Wenn ich diesen Level so sehe, habe ich ziemliche Erinnerungen an Stone-Man aus Mega-Man 5. Sein Level hatte ja so ein ähnliches Farbschema und einen ähnlichen Aufbau. Und Vorsicht, wenn man nicht weiß, wo es hingeht, dann kann man ganz schnell in die Stacheln stürzen. Da, bei diesem Stein wäre jetzt ein Pixel-Sticker, aber ich habe natürlich nicht die entsprechende Fähigkeit, um da ranzukommen. Deswegen müssen wir ihn erstmal ignorieren. Auch hier wäre wahrscheinlich irgendwas. Ich glaube, ich werde mal kurz meinen Hyper-Bonus aktivieren und alles wegfetzen. Und sie haben, hinter der Wand ist ein KP-Bonus. Ich sage es euch, wenn wir erstmal das Schnellfeuer haben und die Möglichkeit, mehr Schaden auszuteilen, dann geht es hier richtig ab. Also anfangs ist Jewel noch ziemlich schwach, aber wenn man erstmal so ein bisschen sich da reingefuchst hat, dann ist sie ziemlich broken, kann man sagen. Dann macht sie kurzen Prozess mit den meisten Gegnern. So schnell zurück, weil es hagelt Bomben vom Himmel. Oh mein Gott, was habe ich bloß getan, dass ich das verdient habe. Ne, man hört meinen Controller auch laut und deutlich. Das ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Ne, nicht wirklich, aber Controller klackern halt, wenn man damit spielt. Ich verliere gerade ziemlich viele Kraftpunkte. Da oben ist ein Stück Pizza. Nur ein einziges Stück Pizza, davon werde ich doch niemals satt. Aber ich bin natürlich ein kleines, zierliches Mädchen. Ich muss ja auf meine Linie achten. Ich darf nicht zu viel essen. Ich habe vor dem Moment gedacht, ich könnte die Schüsse mit meinen eigenen Schüssen abwählen, aber leider ist dem nicht der Fall. Und wir sind gerade mal eben dem sicheren Tod entwichen. Und Doppelsprünge machen einige Sachen so viel angenehmer. Aber es gibt dann noch Charaktere, die können schweben. Das macht die Sachen dann noch angenehmer. Das Herz füllt unsere kompletten KP auf. Aber es machen nur große Herzen. Ja, genau das wollte ich sagen. Da ist eine Melone. Zuckermelone auch noch. Oh ne, ich darf doch nicht so viel Zucker essen. Ich bin doch ein kleines, zierliches Mädchen. Und hinter dieser Wand war ein weiterer KP-Bonus. Genau, ich habe es da noch in Erinnerung gehabt. Wie gesagt, ich habe das Spiel die letzten Tage sehr viel gespielt. Das ist Unverwundbarkeit. Die müssen wir jetzt gut nutzen, um hier über den Stachelboden zu kommen, weil sonst verrecken wir immer ganz elegant. Und das ist nicht gut. So, wenn wir uns jetzt hier geschickt anstellen, dann können wir den oberen Weg nehmen und noch ein bisschen Bonbons einsammeln. Okay, sollte ich vielleicht weitergehen und mich nicht mit diesem mechanischen Fuzzi anlegen. Und das ist schon das Boss-Tor. Und wir haben ganze sechs Heilgegenstände eingesammelt. Die füllen übrigens nicht unsere kompletten KP auf. Jedes Item hat unterschiedliche Heilwirkungen. Aber das werden wir dann noch sehen, wenn ich sie einsetzen muss. Warnung! Aufgepasst! Seismic greift an! Alle Bosse sind übrigens auch aus dem Spiel Mighty No. 9. Ich denke mal, auch wenn man es nicht unbedingt gespielt hat, Mighty No. 9 ist ja relativ bekannt. Einfach weil es so ein Kickstarter-Desaster war. Jeder hat sich davon das nächste große Mega-Man-Ding erhofft und dann war es am Ende eine riesige Enttäuschung. Und Inti Creates war ja mit an der Entwicklung beteiligt. Das ist nicht komplett auf ihren Mist gewachsen gewesen. Aber die Sache war halt die, sie haben die Charaktere so sehr gemocht in dem Spiel, dass sie fanden, die haben noch eine weitere Chance, in einem guten Spiel aufzutreten. Und so entstand dann Mighty Gun World Burst. Oh oh, ich sollte mich vielleicht heilen. Snacks, mit verschiedenen Snacks wie Erfeln, Bonbons, etc. kannst du die Lebenspunkte deines Charakters wieder erstellen. Das machen wir jetzt. Für sich halt 6 LP, eine Orange nur 4. Eine Pizza halt ganze 10, erstmal die Pizza. Melone, Bonbon, Apfel und noch eine Orange. Dann sind wir wieder voll aufgeladen. Äh, Jul, bewegt dich doch. Lass dich doch nicht von einem Stein, der vor dem Himmel fällt, zerdrücken und zermatschen und zerklatschen und zerpatschen und zermatschen. Mir gehen langsam die Wörter aus. Diese Attacke ist relativ schwer auszuweichen. Jetzt bewegt dich doch mal, meine Güte. Nur weil der, ich würde mal sagen, der Seismic, der ist eindeutig von Gutsman aus Megaman inspiriert. Die sehen sich zumindest relativ ähnlich und haben ähnliche Fähigkeiten zum Teil. Höhe, ausweichen, der Schlag könnte direkt in die Fresse gehen. Komm, 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 komm. Okay, wir müssen jetzt unbedingt uns hallen. Wir könnten ihn noch schaffen. Komm, 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 komm. Jetzt, 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 mach ihn zwar nicht. Ja! Puh. Erster Boss besiegt. Also der erste richtige Boss, von dem wir eine Fähigkeit einheimsen können, meine ich natürlich. Gerade so überstanden. Wenn wir natürlich die Heilgegenstände nicht eingesetzt hätten, dann würden die uns jetzt zu unseren Punkten gutgeschrieben werden. Wie man sieht, ich... Oh, ich habe dennoch noch ein S bekommen. Normalerweise, ja, im Hard-Mode ist es ziemlich einfach, an S-Wertungen ranzukommen. Auf normal ist das wesentlich schwieriger, weil da bekommt man nicht so viele Punkte. Aber gut. Ich würde sagen, für eine Stage haben wir noch Zeit. Wir können jetzt entweder unsere KP wieder erhöhen, oder wir bekommen das Element zertrümmern, was ich mir jetzt anwählen werde, weil das sind quasi die Schwächen der anderen Gegner. Der anderen Robot-Masters nenne ich sie jetzt mal. Oder nein, sie heißen ja die Mighty Numbers. Die mächtigen Nummern. Eins, har, har, har. Zwei, har, har, har. Und so weiter. Ähm, ja. Jetzt haben wir die Schwäche dieses Bosses eingeheimst. Also würde ich mal sagen, wir begeben uns auf den Highway und sorgen dort für ordentlich Rambazamba. Gut, bisher bin ich noch nicht gestorben. Läuft ganz gut. Trotz Hard-Mod. Okay. Die Gegner würden zum Beispiel im Normal-Mod wesentlich weniger Projektile schießen, wenn man sie abschießt. Man sieht, wenn man sie abknallt, dann... Joa, fliegen sie in alle Richtungen und wollen dich zermatschen, zerklatschen, zerpatschen und was weiß ich alles. Und ich laufe natürlich... Oh, ein kleiner Kristall. Aber Jule ist vielleicht schwach, aber ihre Doppelsprünge machen einige Sachen so viel einfacher. Aber Jule ist nicht der einzige Charakter, der einen Doppelsprung machen kann. Andere Charaktere können das auch. Weh! Ich hab wohl vergessen, dass du da auftauchst. Du elender Unhold. Was machst du denn? Ich hab doch die Sprung-Taste gedrückt. Der ist tot. Ich verliere alle meine Punkte. Ich hab die Sprung-Taste gedrückt. Ich weiß, ist mein Controller fast leer? Eigentlich nicht. Ich hab gerade nochmal geguckt. Der ist nicht leer. Das ist ein Third-Party-Controller. Der würde mir auf der Switch nicht anzeigen, wenn er leer gehen würde. Dann müsste ich auf den Controller selber gucken. Ich wollte gerade drüber springen. Ich schwöre, ich wollte gerade drüber springen. Ich hab echt gedacht, ich spiele ganz gut. Aber jetzt ist es wieder irgendwie alles weg. War da jetzt noch eigentlich irgendwas Wichtiges oder war nur ein Pixel-Sticker? Das ist gar nichts. Das ist nur dieses Herz. Okay, das Herz ist natürlich lohnenswert. Eine lohnenswerte Investition. Und... Was willst du denn hier, du mechanischer Ninja? So, da haben wir Kirschen. Kirschen sind doch eine feine Sache. Führen, glaube ich, auch wieder nur 6 KP auf. Aber... Hey, man kann's gebrauchen. So, und auch an dieser Stelle mit den verschwindenden Blöcken, die man aus Megaman ja kennt und liebt, ist wieder ein KP-Bonus versteckt. Den wollen wir natürlich haben. Auch wenn wir ihn eigentlich nicht so sehr brauchen, deswegen werde ich auch die meiste Zeit, wenn ich die Wahl habe, zwischen einem Upgrade für meine Waffen oder mehr KP, dann werde ich das Upgrade für die Waffen nehmen. Weil, wie gesagt, Jewel kann das ja ein bisschen umgehen, wenn sie ihr Lied singt. Ach, ich will Autofeuer haben. Ich hab keinen Bock, die Schustaste zu meschen. Und später müssen wir sie tatsächlich sowieso nicht mehr meschen, weil dann können wir Autofeuer einstellen und das sogar in mehreren Stufen. Wir können 3 Schüsse pro Sekunde einstellen, 6 Schüsse pro Sekunde, 9 Schüsse pro Sekunde oder 15 Schüsse pro Sekunde. Das ist leicht broken. So, Mighty Gun Warp vs. ein Spiel, das fängt einigermaßen schwierig an, aber wenn man erstmal ein bisschen was hat, mit ein bisschen was hat man nicht ein bisschen Upgrades, dann... Ich wusste, dass ich jetzt sterben würde. Oh, Mann. Ich wollte nochmal elegant drüber springen, aber wo werde ich ausgespuckt? Hier hinten! Okay, das ist jetzt weniger cool. Dann muss ich ja ein ganzes Stück nochmal spielen. Übrigens, dieses Spiel hat kein Lebenssystem, man hat unendlich Leben. Das ist halt wirklich darauf ausgelegt, dass man hier Highscores und Bestwertungen erzielt. Aber angesichts der Tatsache, dass in den meisten Spielen heutzutage sowieso kaum noch wirkliche Leben vorkommen, ist es vielleicht sogar ganz produktiv. Ich glaube, spätestens beim Boss-Rush, der dann kommt, würde ich dann meine Nerven verlieren, wenn ich dann das immer wieder von vorne machen müsste. Weil der Boss-Rush mit Jewel ist nicht einfach... Ich komme einfach nicht mit meinem Billigfeuer da durch. Jetzt aber. Hier ist ein Secret. Wer hätte es gedacht? Die Sache ist jetzt aber die. Hier ist jetzt noch ein Secret. Wer hätte das gedacht? Jetzt mal ehrlich, ich bin da nicht drauf gekommen. Die Stage hat mir angezeigt, dass ich hier auf meinem 100% Spiel stand, also der noch nicht 100% war. Hier hat mir noch ein Item gefehlt. Und ich habe die ganze Zeit gesucht, wo ist dieses Item, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass ein Secret in deinem Secret versteckt ist. Damit habe ich echt nicht gerechnet. So, ein Äpfel, ein Gesamt... Ein Äpfel, mhm, ein Apfel. Ein Apfel sind nicht Äpfel. Das merken wir uns. Ah, ich muss mir aufpassen. Ich glaube, wenn man hier einmal auf die Straße fällt, dann ist man sofort hinüber. Ich meine, jetzt wo ich hier die weiteren Optionen eingesammelt habe, könnte ich mal gucken... Genau, hier kann ich die Angriffsstärke jetzt einstellen. Die Angriffsstärke stellen wir jetzt mal ganz ehrlich an auf 3 hoch. Man sieht, das verbraucht eigentlich 5000 CP, aber da sich Juli keine Sorgen um CP machen muss, wenn sie in den Hyper-Modus wechselt, da ist das relativ egal. Was wir aber noch einstellen wollen, wir müssen ja noch das Element einstellen. Da wir nur eins haben, das Zertrümmern, wählen wir das aus. Das werde ich dann nochmal gleich für meinen normalen Schuss auswählen. Das ist alles ein bisschen umständlich gemacht, aber es sorgt für ein bisschen Vielfalt in den Attacken. Durch Wände schießen kann ich nicht. Das kann man übrigens auch mit einem Upgrade machen, durch Wände schießen. Man kann durch Wände schießen, durch Gegner schießen. Oder man kann es ein- und ausstellen. Möchte ich nur durch Gegner schießen, möchte ich nur durch Wände schießen, das geht auch. Zack, ich habe vergessen, dass der Schuss da unten sich bewegt. Egal, wo landen wir? Hier landen wir. Wir haben keinen weiten Weg vor uns, wir sind quasi direkt da, wo wir gestorben sind. Man sieht, das Spiel ist relativ großzügig, was die Checkpoint-Verteilung angeht. Ich bin auch nicht besonders elegant. Ich habe vorhin noch besser gespielt, als ich es privat gezockt habe. Ich muss jetzt unbedingt noch meine Schmetterlingsanzeige auffüllen. Mal einen Hyper-Modus. Wir wollen ja den End-Boss richtig... Oh, okay. Das ist quasi wie mit den Stacheln, wenn ich noch blinke durch den vorherigen Treffer und dann runterfalle, dann sterbe ich nicht. Jetzt wird es aber gerade echt knapp hier. Ich habe nur noch ganz wenig HP. Ich glaube, ich heile mich. Weil ansonsten, wenn ich jetzt sterben sollte, dann verliere ich meine 90% die ich da bisher aufgefüllt habe und das wäre auch ein bisschen doof. Und wir haben einmal als Glukhal-Itemes angesammelt. Wir haben ganze 10 High-Items und wir benutzen mal den Hamburger. Und die Banane. Und den Apfel. Und ein Törtchen geht auch noch. Und ein Orange. Ja, warum nicht? Das ist doch alles lecker schmecker. Und Früchte füllen auch unsere Hyper-Anzeige auf. Deswegen... Joa, ist das relativ praktisch. Zeit für den Boss. Warning. Incoming Attack. It's Brandish. Der hat mir ja in Mighty Gun Vault... Das erste Mighty Gun Vault, das auch für den Nintendo 3, der ist erschienen, hat der mir ja übel Probleme gemacht. Ich glaube, ich aktiviere direkt meine Hyperfähigkeiten und mache ihn fällig. Ich wollte es zumindest. Ich habe für einen Moment gedacht, ich habe Autofeuer. Aber leider habe ich kein Autofeuer. Ich habe mich da noch so ein bisschen verschätzt, weil... Autsch. Okay, ich habe ihn fast besiegt. Ich muss nur noch... Man sieht, wenn man diese Hyperfähigkeiten ausrüstet, dann ist das ganze Spiel super easy. Und dieser Attacke kann man echt sehr schwer ausweichen. Und... Tschüss, Brandish. War schön, dich hier kann zu haben. Die kleine Jewel. Sie macht alle Fertiges. So gesehen ist sie stärker als Gun Vault. Sie ist zwar Gun Vault Zeitkick irgendwie, aber hat in diesem Spiel mehr Kraft als er selbst. Und weil ich ein paar Mal gestorben bin, habe ich 900 Minuspunkte kassiert, habe aber dennoch immerhin noch ein A bekommen. Das ist doch schon mal was. Und ich möchte bitte die Fähigkeit aufschlitzen haben. Schlitzi, Schlitzi, Schlitz. Wen werden wir denn aufschlitzen? Das werde ich euch dann im nächsten Video verraten, wenn wir wieder Let's Play Mighty Gun Vault Burst weitermachen. Vielen Dank fürs Dabeisein, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.